Seine letzten Schritte zur letzten Pressekonferenz als Cheftrainer. Für Jupp Heynckes aber erstmal nur beim FC Bayern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich werde erstmal Urlaub machen. Ich werde weder im Inland noch im Ausland ab dem 1.7. ein Engagement eingehen. Ein endgültiges Karriereende klingt aber dennoch anders. Heynckes, der Architekt, hat den FC Bayern zur besten Mannschaft Europas geformt. Sein Abschied auf dem Höhepunkt, das schaffen nur wenige. Zwischenzeitlich, ich bin nicht wankelmütig geworden, aber Sie können sich vorstellen, dass nach solch einer Saison wie der FC Bayern oder wie meine Mannschaft gespielt hat, dass dann auch andere Vereine Interesse finden an einer Verpflichtung von mir. Halb Europa will ihn. Allen voran sein Ex-Klub Real Madrid. Ein klares Bekenntnis zu den Königlichen verwehrt Donjub. Noch. Das war natürlich ein Klub, der zwar im Moment nicht das sportliche Niveau hat vom FC Bayern, aber sicher die Aura, die Tradition. Sein letzter Auftritt als Bayern-Trainer ist vorbei. Der letzte als Trainer überhaupt liegt eventuell noch vor ihm. Ich weiß nicht, dass ich heute runde erneut andare, Es ist ein Klub. Da bin ich. Also, es ist... Vielen Dank.